A3. Die nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt ABCDF eines Körpers mit der Rotationsachse GK. Der Punkt G ist der Schnittpunkt der Geraden CD und FE. Es gilt AB ist gleich CF ist gleich 5 cm, AF ist gleich BC ist gleich 4 cm, ED sind 2,4 cm und der Winkel GFK sind 50 Grad. Weiter gilt AF parallel zu GK parallel zu BC. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers auf zwei Stellen nach dem Komma. Zwischenergebnis GK sind 2,98 cm und GH sind 1,43 cm. So, was haben wir alles? Hier haben wir eine ganze Menge an Angaben. Man kann das im Prinzip oben schon in die Skizze eintragen. Wir haben AB ist gleich CF ist gleich 5 cm. Das wären hier. Wir haben AF gleich BC gleich 4 cm. Das wäre die Strecke. Wir kennen ED mit 2,4. Setze ich jetzt mal hier rein. Und der Winkel GFK sind 50 Grad. So, als nächster Schritt heißt es hier, berechne das Volumen des Rotationskörpers. Also gucke ich erstmal, was für Volumenformeln brauche ich überhaupt. Die stehen normalerweise in der Formelsammlung drin. Bei mir sind sie jetzt hier zu finden. Was Volumen brauche ich? Dafür muss man sich so wie folgendes überlegen. Ich habe einen Rotationskörper, das heißt, diese Figur fängt sich an zu drehen. Wir kriegen also hier unten einen Kreis rein, hier oben im Prinzip einen Kreis rein. Und dann kann man schon erkennen, was daraus wird. Man kann es recht einfach auswendig lernen. Wenn ich ein Rechteck habe, das sich anfängt zu drehen, erhalte ich einen Zylinder. Wenn sich ein Dreieck anfängt zu drehen, erhalte ich einen Kegel. Und wenn sich ein Kreis anfängt zu drehen, erhalte ich eine Kugel. So, was habe ich jetzt hier? Ich schaue mal schnell nach. Das erste ist gut erkennbar. Ich habe hier ein Rechteck, das sich dreht. Und das ergibt als einen Zylinder. Ich brauche also die Volumenformel des Zylinders. Zusätzlich habe ich hier etwas, was im Prinzip, man kann sich das vorstellen, als rausgesägt oder rausgefräst wird. Nämlich hier ein Trapez. Das wird rausgesägt. So, wie kann ich jetzt dieses Ding berechnen? Man sieht es vielleicht schon angedeutet, ein Trapez, beziehungsweise so ein Kegelstumpf, lässt sich einfach berechnen, wenn ich hier zwei Dreiecke nehme. Und die voneinander abziehe, sozusagen. Ja, also brauche ich hier den Kreiskegel. So, dann habe ich auch schon fast alles zusammen. Und ich überlege nochmal, Volumen gesamt berechnet sich aus, Volumen des Zylinders. So, und jetzt dieser grüne Kegel, der wird im Prinzip rausgenommen, also minus Volumen großer Kegel. Aber der große Kegel wird nicht komplett rausgenommen, sondern hier der blaue kleine Kegel, der bleibt ja noch vorhanden. Den rechne ich also wieder zu. Plus Volumen kleiner Kegel. Also, wie gesagt, ich nehme den grünen Zylinder, äh, grünen Kegel komplett raus und stopfe dann nachher den blauen Kegel wieder rein, damit ich dann diese Figur erhalte. So, fange ich an, die Teilvolumen zu berechnen. Volumen vom Zylinder ist gleich. Übernehme ich die Volumenformel Radius Quadrat mal Pi mal H. Ja, der Radius lässt sich sehr einfach ablesen, steht im Prinzip schon dran, fast. Wir haben unten die Strecke AB, der Radius ist die Hälfte davon, also dieses Stück. Ich nehme jetzt die Bezeichnung von oben, Fk, da habe ich schon den Punkt K, also Fk zum Quadrat mal Pi und mal die Höhe, das ist die Strecke AF. So, schaue ich nach, was ist alles bekannt. Fk kenne ich, das ist ja 5 geteilt durch 2, also 2,5 Quadrat mal Pi mal AF ist auch bekannt mit 4. Hier kann ich das Ganze mal in den Taschenrechner eingeben, kommt raus 78,54 Kubikzentimeter. Er ist ja schon fertig, nächster Volumen des großen Kegels. Ich nehme wieder meine Volumenformel, ein Drittel mal Radius Quadrat. So, der große Kegel liegt ja hier oben drin, das heißt der Radius ist wie bei der Strecke FC zu finden, und im genauen, die Strecke Fk, also halbe FC. Also haben wir auch Fk zum Quadrat mal Pi und jetzt mal die Höhe, da brauche ich die Strecke. Halt, ich habe es zu früh rausgezeichnet, rausgelöscht. Die Höhe ist nichts anderes als von der Grundseite zur Spitze, beziehungsweise der Grundfläche zur Spitze. Das wäre in dem Fall die Strecke Gk. So, ich schaue wieder nach, was ist alles gegeben, was kenne ich schon. Die Strecke Fk ist ja bekannt, die habe ich oben schon eingesetzt, aber die Strecke Gk ist noch nicht bekannt. Wir sehen auch im Zwischenergebnis, die muss erst berechnet werden. Also stürzen wir uns darauf. Strecke Gk. Gehen wir nochmal in die Zeichnung, wie kann ich das berechnen. So, hier ist meine Strecke Gk. Ich gehe immer so vor, ich schaue nach, in welchem Dreieck liegt dann diese Strecke Gk drin. Und dann merke ich sofort, das ist die Strecke Fk, das Dreieck Fk. Was kenne ich davon alles? Oben ist bekannt, die 2,5 cm von der Strecke Fk. Ich kenne den Winkel mit 50 Grad. Und zusätzlich noch ist hier ein rechter Winkel zu finden. So, Rechtwinkel ist Dreieck, das heißt, hier funktionieren Sinus, Cousus, Tangens und Pythagoras. Was habe ich gegeben? Die Hypotenuse ist nicht bekannt, die gegenüber vom rechten Winkel. Aber, und die 2,4-Firberin jetzt vielleicht eher, mache ich nochmal raus. Aber ich kenne die Strecke Fk und einen Winkel. Das heißt, die Strecke Fk zu diesem Winkel ist die Ankathete und die Gegenkathete ist gesucht. Und jetzt kann ich in meiner Formelsammlung nachschauen, welcher von diesen vier genannten Dingen, Sinus, Cousus, Tangens, Pythagoras, funktioniert mit Ankathete und Gegenkathete. In manchen Formelsammlungen steht es genauer drin. Hier ist es leider ungünstig, etwas mit A, B und C gekennzeichnet. Aber wenn ich hier in meine Skizze reingehe, hier ist mein Winkel, Ankathete und Gegenkathete, also B und A. Das wäre in dem Fall der Tangens. Also, Tangens ansetzen, Tangens vom Winkel, wie hieß der jetzt nochmal, Gfk, ist gleich die Strecke Gk, also die Gegenkathete. Geteilt durch die Ankathete war die Fk. So, bekannte Größeneinsätzen. Tangens von Gfk waren 50 Grad, ist gleich Gk, suchen wir da, das ist die Unbekannte, geteilt durch Fk mit 2,5 Zentimeter. Das kann man entweder solbern oder per Umformung lösen. Hier steht eine 2,5 im Nenner, also multipliziere ich durch mit 2,5. Dann folgt daraus, die Strecke Gk ist gleich Tangens, ich schreibe es andersrum, 2,5, mal Tangens von 50 Grad. Das wird in den Taschenrechner eingeben, darauf achten, dass der richtig eingestellt ist. Und dann kommen raus 2,98 Zentimeter. So, damit haben wir die Höhe bekannt, die Höhe ausgerechnet, können wir auch noch überprüfen, mit 2,98 Zentimetern. Passt alles. So, setzen wir ein. Volumen vom großen Kegel ist also ein Drittel mal, Fk waren 2,5, also 2,5 Quadrat mal Pi mal, und die Gk sind jetzt hier 2,98 Zentimeter. Einmal ausrechnen und dann kommt raus, großer Kegel, das sind 19,50 Kubikzentimeter. So, jetzt brauche ich noch das Volumen des kleinen Kegels. Ein Drittel mal, Radius Quadrat mal Pi mal H, gehe ich noch mal in meine Zeichnung. So, was kann ich Eis weg machen, das brauche ich nicht mehr. Kleiner Kegel habe ich hier unten, ein Drittel mal Radius, Radius wäre die Strecke EH. Was kenne ich? Ich kenne die Strecke ED, also die komplette Strecke, Radius wäre also die Hälfte davon, die ist also bekannt. Ich habe hier wieder einen rechten Winkel drin, die Strecke GH ist gesucht, ja und im Prinzip sieht man, das ist schon fast wieder genau das gleiche. Eine Sache brauchen wir noch, nämlich den Winkel von 50 Grad, den finden wir hier nochmal, sieht man jetzt schlecht, weil Stufenwinkel. Ja, hier steht ja, wo haben wir, ja ist andersrum angegeben. Aber wir wissen ja im Prinzip, die Strecke ED ist parallel zur Strecke FC, weil hier lauter rechte Winkel eingezeichnet sind und deswegen liegt der 50 Grad Winkel auch nochmal bei Punkt E an, weil Stufenwinkel. So, damit haben wir ein rechtwinkliges Dreieck, Sinus, Kolinus, Tangens, Pythagoras, aber wenn wir die Erkenntnis von oben gleich nutzen können, wir haben den 50 Grad Winkel, wir haben die anliegende Kathete mit 1,2 cm und die Gegenkathete ist gesucht, ist also im Prinzip nochmal genau das gleiche der Tangens. Ein Drittel mal, jetzt habe ich vergessen, wie die Strecke hieß, EH, Radius Quadrat mal Pi mal GH, also die Höhe, die GH müssen wir jetzt nochmal berechnen, das war auch nochmal Tangens von Winkel, wie hieß er, GEH. Ist gleich gegen Kathete, die Strecke GH, geteilt durch die Ankathete, das war die Strecke EH. Ja, war jetzt ein Strich zu viel. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Wir haben den Winkel GH, haben wir festgestellt, das ist ein Stufenwinkel, also genau gleich groß wie der von vorhin mit 50 Grad. Tangens von 50 Grad ist gleich, GH ist nach wie vor gesucht und die EH ist die Hälfte von ED und ED waren 2,4, also ist EH 1,2. Das ist jetzt wieder im Solverlösen oder per Umformung und dann kommt raus, GH ist gleich 1,2 mal Tangens 50, das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner lösen, sind 1,43 cm. So, müsst ihr jetzt aber mit oben wieder übereinstimmen, schauen wir schnell nach, GH 1,43, passt. So, damit lässt sich jetzt auch der kleine Kegel noch vollständig berechnen. Volumen kleiner Kegel ist gleich 1 Drittel mal EH waren 1,2 zum Quadrat mal Pi mal 1,43 cm. Wie wir einen Taschenrechner eingeben und ausrechnen, kommt mit der kleinen Kegel 2,16 cm³ raus. So, und letzter Schritt nochmal das Gesamtvolumen berechnen, also Volumen des Zylinders. Wo haben wir den stehen? Ganz oben 78,54. Minus Volumen des großen Kegels, das waren hier stehen, 19,50. Und der kleine Kegel muss hier wieder rein, also plus 2,16. Das wieder durch den Taschenrechner ausrechnen lassen, sind dann 61,20 cm³. Auch wieder Hinweis, falls es eine Abweichung von irgendeiner Lösung gibt, kann es sein, weil wir hier im Prinzip in allen drei Zwischenschritten gerundet haben, in allen drei Volumen. Wenn man das sofort in eine Gleichung eingibt, kann sich der Wert natürlich ein bisschen ändern.